Hallo liebe Freunde, ein neues Projekt ist am Start. FIFA 14 gegen Abonnenten. Ich spiele jetzt gegen den... äh... Chris? Ja, ich werde ihn auf jeden Fall in der Beschreibung verlinken. Joa. Neues Projekt am Start. Hey! Freut euch! 5 4 3 2 1 Spielstart. Also ich spiele mit Bayern, er mit Schalke. Gott, PS3 Version, Hilfe! PS3 Version, oh scheiße! Mann, ja, er hat nur die PS3 Version, also entweder habt ihr den PS3, PS4 oder Xbox One Version, dann meldet euch. Wieso ist da Musik? Ich werde bestimmt verlieren, einen auf den Sack kriegen. Das kommt bestimmt gut bei euch an. Schalala, München! Schalala, München! Schalala, München! Oh Gott, ist das ungewohnt! Scheiße, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich kann es noch. Also er heißt Chris L2390. Schalala, ich weiß nicht. Schalala, ich weiß nicht. Du, 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 du. Das ist ein ganz schöner Grafikunterschied, oder? Wenn man sich PS4 und die Version anguckt. Oh Gott, der Ball war nicht im Aus. Hilf, 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 hilf. Hilf, hilf, hilf. Sag ich doch, ich werde mich blamieren. Ich werde mal die PS3 Version vorher wieder auspacken sollen. Wenn man einen Monat lang nur die andere Version spielt, ist es kein Wunder. Ah, stimmt, hier ist ja ein Unterschied. Hier höre ich ja meine eigene Musik. Wir singen und tanzen auf jedem Fußballplatz. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern, die Bayern. Ei, 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 ei. Wir singen und tanzen auf jedem Fußballplatz. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern, die Bayern. Ei, 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 ei. FC Bayern München. Oh, Mann, so gitsch. Mann, so gitsch. Mach ihn rein, mach ihn rein, mach ihn rein. Mach ihn rein, mach ihn rein, mach ihn rein. Mach ihn rein, mach ihn rein, mach ihn rein. Oh Gott. Oh. Arjen Robben Boah, Mann Hier kommt Rufus Die ganze Kurve Heute schon in Wien Zusammenhalten Das ist unser Ziel Wir sind aus München Wir sind die Bayern Wir sind die Ewigen Die immer wieder feiern Alle, alle Ole, ole Ole, 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 ole Danke, Alaba Och Götzchen Was spielst du denn Für Pässe heute Och Viel zu weit Viel zu weit Oh, Mann Groß Oh, Mann Nach schwachen Anfangsminuten Sehr stark Aktuell Okay Er hat das gleiche Problem wie ich Dass dem Spieler Die Bälle verspringen Ecke Ecke Oh, Falscher Pass Mann Abseits Abseits Mist 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 Mann. Ach, Mann. Jute Spiel, was ist hier? Jute Spiel, Jute Spiel. Jute Spiele. Magnifique. Keine Ahnung, was das heißt. Ich bin gerade mal so durch den Kopf gegangen. Och, hier hat man 60 Sekunden Zeit. Och, ist das ja ein Traum. Komm, Dante. Dante, komm. Das kann es nicht sein, Mann. Och, furchtbar. Hier hätte ich auch noch die Kontrolle-Einstellung vielleicht ändern sollen vorher. Egal. Glückwunsch. Da, Boateng. Böser Boateng. Mmh. Mmh. Oh, Mannzukic Mann Ja, oder ich? Ja Jones Oh, Mann Wo ich gedrückt habe, hat er noch im Abseits gestanden In so einer Scheiße Ja, Philipp Lahm ins Kopffeld-Duell mit Hündler Jute Idee, Leute, jute Idee Mann Ich hätte flach rüberpassen sollen mit flachen Flanke, nicht mit einem Dreieckpass Mann Die Partie verliere ich, das weiß ich jetzt schon Oh, Mann Boah Abseits Vieralalalala Vieralalalala Wieso flankt der nicht einfach früher? Nein, da wird erstmal wieder drei Jahre gewartet, bis die Flanke kommt Boah, ich hab X gedrückt, Herr Dante Ah Ey, wieso gehen denn bei mir immer die Bälle ins Aus? Och, lahm. Och, passt doch früher, Junge. Mann. Nein, da wird wieder drei Jahre gewartet, bis mal der Ball gespielt wird. Och, Fährmann, Harschloh. Warum hältst du das Ding? Och. Dup, 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 Dup. Jetzt aber kommt der Ball durch. Oh, das sollte doch der Ball gar nicht hingespielt werden, Idiot. Was soll ich denn? Ich verliere, wenn ich sowas mal mache. Oh. Pssst. Mist. Herr Alaba. Oh, Mann. Ich wusste das. Und dann so eine Scheiße am Ende. Oh, Mann. Pssst. Hallo. Das war's auf jeden Fall mit der folgigen, oder der ersten Folge von, äh, Let's Play FIFA gegen Abonnenten. Is? Keine Revanche? Ich bin für Revanche. Willst du denn jetzt? Herzlichen New ripens,ºP. Alles gut gespielt.ne ich hab, war zum plötzend Tore schießen. Ciao. Nein und so verpirrt mehr. Macht's gut, Euer Heinzelmann, haut rein, man hört sich. ! Ciao! Oh.